Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um die Lade 2 und in dieser Episode wird es ein bisschen Stummfilm geben, weil ich mein Mikrofon, nämlich das hier, das war leider nicht mit angeschaltet und ich habe mir halt überlegt, die Runden waren echt gut gewesen und das waren auch echt interessante Runden vom Gameplay her, da dürfte es nicht ganz so viel stören, wenn jetzt im Grunde genommen mein Mikrofon fehlt, die Kamera seht ihr ja trotzdem, Audio von den anderen hört ihr und das In-Game-Audio und an der Stelle viel Spaß. Mit dem Volk kann ich auch umgehen. Ich auch. Wo sind die Vier-Orks? Jetzt weiß ich, woher ich die Karte kenne. Das Gebäude ist fertig! Werkzeug bereit! Woher denn? Ostmänner! Aus Sohn 1? Wir haben eine neue Kaverne! An die Arbeit Männer! Echt? Ja? Oh! Oh! Ich zeige ihn da direkt vor meiner Tür. Wo sollen wir bauen? Soldatenbataillon einsatzbereit! Oh Gott! Was soll ich bauen? Oh Gott! Was soll ich bauen? Oh Gott! ok einer von euch ist im motor schauen wir mal wer mein nachbar ist ob ich doch halt irgendwann auch Das bekommt sie zurück. Nee. Ich bin gerade abgegriffen worden und habe den Angriff zurückgeschlagen. Ja, mein V-Meister wurde geschildert. Von wem denn? Nee. Nichts. Machen wir uns an die Arbeit. Bleib standhaft. Ja, die Mäb kenne ich ja. Ja, das ist ein Bataillon einsatzbereit. Zerstört diesen Ort. Das Gebäude ist bereit. Dein Daten macht schneller. Immer weiter. Möge dies ihr Ende sein. Ich bin der Bataillon. Ah, okay. Joop. Leicht. Wir haben viel zu tun. Los an die Arbeit. So ist das Welt zu groß. Möge dies ihr Ende sein. Möge dies ihr Ende sein. Macht euch kampfbereit. Hier wären wir fertig. Soldatenbataillon einsatzbereit. Bezeug bereit. Das dauert nicht lange. Macht euch bereit. Los, Soldat. Bewegung. at. Möge dies ihr Ende sein. Das Heiden. Ich bin der Bataillon. Ich bin der Bataillon. Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Das Gebäude. Hier werden wir fertig. Wir haben viel zu tun. Schad euch um mich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß wer Motor ist. Ich auch. Ich geh grad gegen den Motor. Oh, oh. 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 Können wir Feuerpfeier einsetzen? Lass uns gemeinsam werden. Seid bereit! Hilfe! Was soll ich bauen? Soldatenbataillon einsatzbereit! Weißläufer! Wir kämpfen für Gondor! Macht euch bereit! Marm! Haltet die Augen auf! Ich geh raus! Ruhig jetzt! Weiter, weiter! Möge dies ein ruhmreicher Schatz sein! Die Stunde ist gekommen! Aufpassen! Soldatenbataillon einsatzbereit! Fahrt es näher ran! Verfolgt Ballen! Im Kopf sind da drüben! Macht euch kampfbereit! Hängen! Feind ist nicht fern! Pfeile bereit machen! Bleibt fachsam! Geh gelegt! Einhängen! Mögen bereit machen! Vorwärts! Bleibt zusammen! Seid wachsam! Bereit machen! Seid wachsam! Seid wachsam! Reiter der Rittermarkt! Auf! Auf! Feier! 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 Die Frage! Auf! Auf! Oh oh! Rückzug! 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 Über die Brücke! Hm. Auf! Also! Zitulataten. Gondor! Heheheheh! Hä! Was war denn das? He! Seid! Das Bankhöhtis-Wein-Shiess! Hehehehehe! He he! Wie wenn... He! Wie wenn... Du wachsam bettet, Wir haben diese Bitte. Das mache ich gleich mit dir. Jetzt will ich, der hält schon wieder da her. Auf, auf! Reitet! Schnell jetzt! Eif euch! Das ist unser Ziel! Mehr Munition! Die Stunde ist gekommen. Zerschmettert die Zügel! Wie weit Reichweite haben die denn? Sie werden angegriffen! Aufpassen! Bleib standhaft! Wir brauchen mehr Steine! Steinspannen! Hahahaha! Du, hast du jemals in härter Regen eine Brände im Turm gesehen? Wir brauchen mehr Steine! Feuer! Feet! Weitere! Wir brauchen mehr Fallen! Wir brauchen mehr Kuffse. Wir brauchen mehr Versen! Wunderschmetter! Wir brauchen befreit! Wir müssen jetzt das Ziel! Das ist ja nicht das Ziel! Ganz gerne! Mann, ich hole doch auch wieder ab. Ich hole doch wieder ab. Willst du meine Festung jetzt zu zerstören? Ein bluter Doktor! Hey, wo sind meine Enhände hin? Sie sind in Urlaub gefahren. Baby, weit müssen deine Bogenschützen entgehen, dass sie... ...und dann. Wir werden siegen. Wir reiten mit wenig Lass und schnell. Haltet die Augen offen. Feuer frei! Hinterlasst keine Schuhe. Feuer frei! Borgenschützen! Bringt das Gebäude zum 1-Gort! Bleibt weiter! Nein! Nicht der Baumeister! Verbildbar! Nicht der Baumeister! Sammelt eure ganze Stärke! Beeilt euch! Weitläuter! Reiter der Rittermarkt! Vögeln! Weicht nicht zurück! Weicht der Puls zum Schlachtfeld! In die Schlacht! Bögen bereit machen! Hier lang! Auspassen, Weitläuter! Vorwerfen! Seid bereit! Attacke! Werft sie zurück! Weitläuter! Atelier! Feuer! Weitläuter! 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 Was kommt denn da? Ein Toderschiff! Ich bin echt... ...ja... Was kommt denn da? ...leinigst ihn wieder! Käft weiter! Lügen! Kommt schon! Da! Wo sind wir? Männer! Werfeind! Die Seckung Männer! Der Feind! Heils! Das ist unser Ziel! Feuern! WPAATEN! WPB! glaubst du ich sehe die helden bei meiner festung nicht wo es leckst du dich Ich hab nicht mal einen Zivilisten. Das Gebäude ist bereits ein... Oh... Das ist... Ja, meine Festung! Lasst sie kommen! Feuer frei! Nein! Flüchte! Flüchte! In den nächsten Turm! Nein! Hab ich da einen Heldentod gehört? Ein gewisser... Jo... Leckhorn... Der Volk! Brennen! Haltet sie auf! Schnell jetzt! Sie haben viel zu tun! Ich fürchte, das ist das Ende! Die Herschau soll beginnen! Vögen! Lichte sie! Weiter, weiter! Ich fürchte dich nicht! Haltet die Augen offen! Da hat das letzte Gebäude... Soldaten Gondor! Der Feind hält die Pflanz besetzt! Bleibt Wasser! Los, oder? Jetzt kommt gleich deine Artillerie wieder, wie ich dich kenne! Der Feind hält die Pflanz besetzt! Bleibt Wasser! Los, oder? Jetzt kommt gleich deine Artillerie wieder, wie ich dich kenn! Und schlägt! Oh! Ja! Okay, gut! Ich hab länger durchreiten! Das ist schonmal... ne gute... Nachricht! ... ... ... Sie kann nicht schon mal zuschauen! ... Ja! Dann siehst du hier, was von mir gerade so abgeht! An die Arbeit Männer! Ja! Ich sehe es, Chef! Ich sehe es! Ja! 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 Da! Ich lasse nicht, nelle Schuerte! Ich darf gleich promotionen werden! Bruder, ich überwinde! Wir wollen jetzt noch embacks enorm! 催ig! Ich bin zurückgekehrt in meine Ausgabe zu tun. Wer braucht einen Baumarkt? Ich weiß, was wir brauchen. Ein Feind ist geschlagen. Jetzt wird es episch Schatten. Ja. Sauerloth Isif, was warst du eigentlich? Zwerg. Zwerg warst du. Oh Mann. Ja, jetzt kommt die Menschenarmee. Oh Mann. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen. Ja, da kam ich dran aufm Weg zu kommen.